Ach du Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz langsam wieder zurück, weil sonst wird es hier noch irre. Ich möchte da hinten aber nochmal kurz erkunden. Wo hast du denn es jetzt hingeschafft? Warte mal kurz. Ja, wartet doch mal. Ja, ist ja gut jetzt hier. Ich will mir gucken, ob hier irgendwo ein Dungeon ist. So viel verrottet das Fleisch, das muss ich noch essen können. Geht auch nicht anders. Wie schön das hier aussieht mit den Diamanten manchmal. Hm. Wir haben auf jeden Fall sehr viel für den Ofen gefunden. Der Ofen muss gleich richtig arbeiten und zwar ein paar Mal mehr. Ich lasse ihn mal sprengen. Genau. Die Experience und die Diamanten vielleicht bekommen. Ohne dass ich irgendwas tun muss. 28 Experience. 28 Experience. Hey, 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 hey. Aus, 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 aus. Shit, 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 shit. Ich brauche was zu essen. Jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel genommen. Zu viel ist gut, ne? Will noch jemand was? Hä? Du. Von hier kam ich doch, oder? Ich habe zwar nicht die Erinnerung hier. Hä? Ich muss davon hier irgendwie, ich muss davon hier gekommen sein. Shit. Das ist eine Fackel. Von den beiden Gängen ging es dann hier rein. Ich ging es hier runter. Mich zum gleichen Eingang. Geht es hier denn runter? Gut, das kenne ich hier aber echt noch gar nicht. Wow, Wasser. Hör mal. Kannst du das? Geil. Ähm. Mal gucken, wie wir das Wasser jetzt... Hab dich. Oh, krass. Gefällt mir. Naja, gut. Ich nutze die Chance jetzt nochmal. Um hier zu arbeiten. Schönen. Kann ich hier drin stehen. Ich brauche höchstens 10, aber ich hole noch ein bisschen mehr Obsidian. Dann können wir uns hier richtig zusammenbauen. Also richtig ein eigenes Nether-Portal bauen und so weiter und so fort. Also wir können jetzt richtig aufstufen hier. Natürlich mit diesem Scheiß-Vorteil und den Diamanten. Vier Stück. Alter, das kann auch ein bisschen dauern. So. Na los. Hau rauf, Mensch. Du kannst es. Du schaffst es. Ja, schaffst du gut. Ich bin stolz auf dich. Wir kriegen hier irgendwie Obsidian hin. So könnte ich mich eigentlich immer zurecht bauen, aber... Gut. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen mit den... mithilfe der Diamanten so ein bisschen so eine Sache, ne? Hier ist jetzt Kabel geworden. Das heißt, das Wasser wird jetzt ziemlich wenig. Den bauen wir noch ab und dann hauen wir ab, ne? Zwölf Stück. Schön. Das reicht. So, jetzt möchte ich hier aber auch weg. Oh, ich glaube, wir haben gleich wieder was zu kämpfen. Na, wo seid ihr? Hier muss doch hergekommen sein, ne? Hier ist... Hä? Schon wieder im Kreis gerannt. Alter. Schon wieder im Kreis gerannt. Shit. Das ist doch hier hin. Hier sind wir eben runtergegangen. Gehen wir jetzt hier hin. Oh. Hier haben wir die Schlucht. Hä? Fetzt euch. Ich bin jetzt mal... Also, Zuschauer, ne? Wie Urheinwohner, weil sie faust. Wie Urheinwohner. Gehen und sogar auf sich selbst los. Oh. Hast ihn ja liegt, ne? Super. Respekt. Gott, nehme ich natürlich noch mit. Also, wir die Diamanten, ne? Ich möchte da... Also, keine Ahnung. So, theoretisch... ...müssten wir jetzt eigentlich zum... Warte. Hey, warum kommen wir jetzt hier hin? Eigentlich müssten wir jetzt sowas... Warte mal. Müssen wir... Ich muss wir erst mal sammeln. ...bis zum Ende. Zum Ende. Das ist das Ende. Hier bin ich doch... Hier bin ich doch langgegangen, oder nicht? Gut, das ist ein anderer Weg. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. Hier ist unten ist nichts. Das ist so eine Sache, echt. Tschüss. Tut mir leid. So. So. Ich rede darüber einfach nicht mehr. Shit. Danke. Dann muss doch... Da. Aber auf der anderen Seite einfach nur. Ja, darauf muss er erst mal kommen, ne? So, ist der, was ich jetzt noch mache hier, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Was? Ja. Verarschen. Im Diamantrausch. Ich weiß, ich werde hier nicht alles erbauen, weil es einfach viel zu viel ist. Aber so, was passiert, wenn der Zufallsgenerator da ist. Ich würde sagen, wir reden einfach nicht mehr darüber. Aber das Thema jetzt hier mit den Diamanten wird ab jetzt totgeschwiegen und gut ist. Da war ich einfach nur auf der anderen Seite. Wir haben auf jeden Fall aber sehr viel hochgeholt. Also von Eisen, von allem. Jetzt gucken wir uns oben alles gleich mal in Ruhe an. So, und den letzten fressen ich hier auch weg. So. Alter, haben wir viel. 20 Eisen, 11 Gold. Und Diamanten 56 Stück, wie immer. So, ich glaube, unser kleines Schöhnchen ist auch nicht mehr da, von daher... Egal. Egal. 27, 27, wow. Okay. 63 Kohle. Können wir jetzt auch mal hier eintauschen in den hier. Und den hier. Holzkohle haben wir natürlich noch über. Und ein Hühnchen. Lecker. Und die Diamanten tue ich mal da rein. Da haben wir schon wieder fast... Da haben wir schon wieder fast drei Stacks voll, echt. Warte mal, Blöcke kommen hier nicht rein. Blöcke kommen hier nicht rein. Hier kommt nur sowas hier rein. Ne? Erz halt. Halt ein bisschen Erz. Also braun. Tränkebraun oder sowas kann ich überhaupt nicht. Also ich glaube, mit so einem Thema werden wir uns auch nicht beschäftigen. Von wegen Tränkebraun. Also sowas kann ich gar nicht. Da brauche ich das bei beim Let's Play Together. Dann in den späteren Folgen. Jetzt nicht. Hoch. Hier ist aber auch schon. Anständig. Anständig alles hochgewachsen. So. Die Blöcke kommen jetzt alle erstmal da rein. Außer die Spitzhacke natürlich. Der Bogen ist fast Schrott. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal eine Angel. Dafür brauchen wir wieder Stickies. Stickies. Wir brauchen eine Werkbank hier. Ich würde sagen, ich würde einfach mal sagen, wir brauchen eine Werkbank hier im Wohnzimmer. Können wir immer in die Küche laufen dafür. Das geht ja so nicht. Zip. Die stellen wir hier. So, jetzt kann ich auch zeigen, wie man eine Angel craftet. So, haben wir eine Angel. Schön. Mit der können wir dann morgen früh ein paar Fische angeln, damit wir auch Essen haben. Jetzt erstmal ins Bett werfen. Denn wir haben viel geschafft und viel geholt. Dann machen wir hier. Und dann sind wir noch mal die einfachen Bogen. Dann gehen wir hin. Wir brauchen einen Kompress. Vielen Dank. Hier machen wir uns mit dem prosecutors. Vielen Dank.